Hiho Leute, willkommen zu einem letzten kleinen Streaming Part von Point Blank. Ja, heute werden wir uns Achievements anschauen, die wir noch schaffen können und schaffen wollen. Und da beginnen wir doch mal mit Special und Start. Weil da habe ich gesehen, da findet ihr was ganz wichtiges, der Beginnermode. Gut, okay, schauen wir mal kurz. Und zwar, Beginner sollte, ja genau, rechts unten haben wir das Bild mit der Fragestellung, ob wir es auch schaffen. So, das ist ja... Okay, das haben wir ja easy, gut. Problematisch sind eher die Spiegel mit Very Hard, wie wir wissen. Da hatte ich, glaube ich, damals das Pech eben, bei Beginnermode sehr schwere wäre, Hearts zu bekommen. Und wir müssen mindestens eines schaffen. Mindestens eines. Und natürlich die anderen Spiele auch noch, ne? Keine Frage. Also ohne Continuo. Ohne Continuo Verbrauch. Da, da, da. Ohne Continuo Verbrauch. Ui, ne langsam fliegende Bombe. Uh, ne schnelle fliegende Bombe. Noch und noch mehr Böckchen. Ja, das war schon knapp. Perfekt. Also, wie gesagt, Leben sollten wir keins verlieren. Und das Zusatzleben sollten wir auch gewinnen, eventuell. Das wäre schon Pipifax. Sollten wir haben, oder? Jawohl, 26. So, wäre hard. Können wir theoretisch schaffen. Probieren wir's. Bombenterror, nein. Leute, die verschwinden aber schon ziemlich schnell. Oh, und, und, und? Nein, um eins. Verdammt mich. Jetzt weiß ich, warum das schwer ist. Gut. Das war easy. Wir brauchen halt Glück bei den Spielen. Glück bei den Spielen brauchen wir auf alle Fälle. Das hängt wieder, das Wilhelm Tell. Ja, da hängt's. Ja, da hängt's. Wie gesagt, da hängt's immer. So. Noch sind wir im Rennen dabei. Ich glaub, das haben wir. Hammer. Okay. Hushu. Hushu. So, jetzt bräuchte er auf alle Fälle ein Leben. Das wäre nicht verkehrt. Die langsamste Truhe normalerweise beinhaltet... Was? Diesmal nichts. Und das für eine Frechheit. Okay, muss ich das wäre hart probieren. Ah, das haben wir so auch noch nicht geschafft, okay. Hier ist auch Glück von Nöten. Ähm, ja, den hab ich jetzt nicht gesehen, zum Beispiel. Okay. Können wir schon vergessen, wahrscheinlich. Schade. Aber wir werden's trotzdem probieren. Müssen nur alle jetzt gewinnen. Und ich darf keine Bombe gewischen oder so. Aber das ist hier eh nicht der Fall. Ja, wurscht. Das zählt ja nicht so als Fehler. Das könnte noch kritisch werden. Schauen wir mal. Lieber den Bombenfallschirm lassen. Und, haben wir's? Was? Okay. Hahaha. Ja, so bringt's mir natürlich nix. Hahaha. Aber das vergeigt wirklich bei Beginn. Nein, wenn wir das nicht speichern. Wir probieren's gleich noch einmal. Puh. Ja, wie gesagt. Wir brauchen Glück bei den Spielchen auch. Alle beherrschen hier anscheinend doch nichts. Nochmal. Los geht's. Probieren wir mal das Schwere hier. Passt. Wollen wir mal. Wie gesagt, wir müssen auf die... Wir müssen auf das Leben hoffen. Dann am Ende. Perfekt. So. Piranha time. Weg da. Get ready. Get ready to bite. Bite death, bite. Nur keine unnötigen Bomben erwischen. Danke. Hauptsache gewinnen und überleben und keine Bomben. Ganz wichtig. Du-du-du-du-du-du-du-du-du. Puh. Ui, ui. Ja, Hammer, gerade so. Das war schwer. Das war richtig schwer. Sehr schwer, schon wieder der Dreck. Okay. Naja, probieren wir es noch einmal. Schengeln! Okay, das war nix. Ja, sowas sieht man leicht. Ja, zu spät. Natürlich kommt das meistens in der Farbe, was man es nicht braucht. Leider nicht, oder? Nein, schade. Da müssen wir fast Eis erwischen. So, no vote. I hate you. Mehr vote, bitte. Wo ist so, vote? So, ich habe alle erwischt. Also, was will er? Da kann der Spiel gar nix sagen. So, Ufos. Ich habe ein Huhn. Weiter. Wo ist es mal knapp, war es schon. Gut, danke. P-Wander-Time. Aber schön, es geht. Nice, haben wir auch. So, jetzt hätte ich gerne ein Leben, bitte. Die langsamste Druhe normalerweise. Das ist die hier. Jawoll. Also, von der Geschwindigkeit her langsam, natürlich, so. Gut, probieren wir das. Was denn was? Ja, das habe ich nicht geschafft. Da wollte ich auch keine Ziele in der Vision, weil das kostet mich nur Leben. So. Egal. Wichtig ist das hier. Okay. Okay. Haben wir das? Jawoll. Gut, der Drache. Na, machen wir mal. Trunter umschießen. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Nice. Gut, Boy. Ich glaube... Leider haben wir ihn nicht erwischt. Okay. Sollten wir aber haben, oder? Jawoll. Jawoll. Der Drache. Den Kopf des Drachen brauchen wir. So, vielen Dank. Das war ja der Endboss von Quest Mode. So, jetzt wird's... Oh Gott. Oh Gott, das wird... Nein. Nein. Gerade die zwei Games. Geh, gelecker. Hier kommt. Und jetzt gerade das Spiel mit dem hier. Drei mit einem Schuh. Na, ich hasse dich. Ich hasse dich, Game. Ich hasse dich. Gerade dieses Spiel. Warum jetzt gerade dieses Spiel? Muss ja auf Genauigkeit und so angeht. So, einmal probieren wir's noch, dann muss ich das ausgehen machen. Ich will auch nicht zu lange damit herumquellen. Wir wollen auch ein paar Achievements erreichen heute. Das war halt nett. Am Ende noch. Oh Gott, das wird mir die Spiele werden nicht besser. Oh Gott. Die Spiele werden nicht besser, hab ich gesagt, ne? Nein, wir wollen nicht speichern. So. Na gut, das sind wohlverdiente 20 Punkte dann im Harden. So, ne? Oh Gott, das will. Yes, das mal ja. Okay. Wir haben schon wieder mit einem Schuss Eis dabei. Ach Gott, das will. Ah. Ich bin ein bisschen zu unruhig. Kann das sein? Ein bisschen, ne? Aber ein kleines bisschen. Weiß nicht, wie es euch geht, aber mir kommt es irgendwie so vor. Ja, und ich hab letztens, ähm, also aufzugehen, die zwei Bewertungen geschafft, aber die ich auch nicht damit foltern. Also einfach die Minispiele spielen und dann, dann hartmaß. Nein, wir machen weiter. Okay, die Art-Version haben wir noch nicht kapiert. Interessant. So. Ninja-Time. Ja. Ja. Bisschen mehr vielleicht. Ja, super, drei ausgelassen, gleich. Komm. Bisschen mehr genau. Aber sowas von genau. Sowas von genau. Sollten zehn gewesen sein. Also, also... Ups, 16 hab ich gebraucht. Okay. Gut. Von wegen zehn, ne? Ich bin da zwei Schuss übrig. Alter, Falter. Wir haben... Very hard. Okay. Auf fünfunddreißig. Uff. Okay. Haben wir den Chief mit freigeschaut. Money, money, money. It's so funny. So, nur... Oh. Nein. Nein. Ich hab jetzt mein Leben verloren. Nein. Ich krieg die Krise. Ich krieg die Krise. Wie blöd kann man sein? Aber wir haben ja nicht Schief mit. Trotzdem, Alter. Das wird mit Game nicht auf. Wir proben. Schauen wir mal, was beim Bonus rauskommt. Ja, acht Stages ohne... Acht Stages ohne... Lebensverlust machen ist schon heftig. Also, ich brauch mindestens ein Leben. Probieren wir mal das. Die sind eigentlich alle gleich schnell. Verdammt. Oh, es war ein Leben drin. Pfeif auf die Punkte. Ja, vielen herzlichen Dank. Äh... Das ist es. Oh Gott, das ist es. Nein, haben wir nicht, oder? Nein, schade. Schade, schade, Marmelade. Oh, da sind so viele Stages noch. Das Achievement ist wohl nicht leicht zu erringen. Dabei ist das nicht der Beginner-Mode. Ja, aber ohne Continuo ist schon hart. Okay, das haben wir. Bist der mit an hart auch noch? Also, das... Boah. Sollte ich ja... Haben, wollte ich gerade sagen. Das habe ich immerhin lang genug geübt. So. Was war das jetzt? Okay, das haben wir auch. So, vier noch. Was ist kritisch? Oh Gott, das ist kritisch. Das ist das einzige Kritische, glaube ich. Nein. Ich hasse dich. Mann, ist das schwer. Mann, ist das schwer. Das gibt's ja nicht. Ja, okay. Ja, wir werden anscheinend bei dem ein bisschen bleiben, bei dem Modus. So, einmal probieren wir es nochmal, wirklich. Ich hab's halt nicht geschaut, was es alles gibt, was es mich hier erwartet. So. Ich muss nur bei den Vierer-Dingern aufpassen, dass ich die Bombe nicht erwisch. Dann ist ja alles easy peasy. Kein Dank. Ninja Style. Komm. Da müssen ein bisserl mehr kommen. So. Nice. Die Flaschen wieder. So. Nice. 31 Bottles of this tweet. War auch knapp. Gut. Knapp als knapp. Very hard könnte ich theoretisch schaffen. Haben wir sogar noch nicht. Okay. So. Muss schneller gehen. Fürs Achievement. Aber ist egal. So. Das Hammermeid. Das war wichtig. 42.000. So. Wollten mehr als 50 sein. Perfekt. Sehen mehr. So lobe ich mir das. Was haben wir hier? 25 Targets. Passt haben auch alle. Nice. So. Das Auto. Ach. Halleluja. Passt haben wir auch. Nice. Gut. Da hätten wir die ersten 8 Spielchen. Und jetzt wäre noch ein Leben. Bibi Feins. Oh Gott. Links oder rechts? Links oder rechts? Ja. Bitte, 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 bitte. Jawoll. Leben. So was muss ich geben. So. Was haben wir hier? Habe ich die schon? Na, dem ich auch noch nicht. 30 Tag. Und? Nein. 28 nur. Dreck. Okay, das ist kritisch. Ja, Gott sei Dank. Gott sei Dank. So, das kann auch kritisch werden. Okay, nice. Blah, 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 blah. Okay. Meinen Sie, nice. Ja, gut. Weiter geht's, die Wilderjagd. Ach, machen wir mal das. Da können Bomben vollkommen. So, das habe ich. Was? Das ist dann Nummer eins. Nummer eins. Warum? I hate you. Das ist auch schwer. Und? nein leute bitte kommt das müssen wir schaffen noch danach was und ja ich glaube wir haben es also ich muss das mini spieler schaffen das hier dann hätten wir haben es glaube ich leute oder ohne continue mit den letzten stage eigentlich auch schittegal gerade obwohl wir die auch noch nicht haben aber da alles schaffen dass das grenzt bei einem player bisserl an grenzwertigkeit so so and we doing all right specially beginne if we could have both without using any conti ja das läuft ja exzellent natürlich da trauen wir uns jetzt ein Ende Gelände ja jetzt müsste ich den Arcade Modus noch mit ohne continuous mit expert und very hard aber das sind so Dinger die das werde ich mit Maus wirklich nicht schaffen nein das ist könnte ich höchstens eben wie sie gut machen mit Safe Stats aber das will ich auch nicht so na perfekt dann machen wir den Modus das haben wir noch nicht wo war das war also das Special drin nein Partyplay kein Training könnte man machen ja Life Limit genau da spielen wir so lange wie die Lebens zulassen jetzt muss ich mal direkt schauen ob es da ein Achievement gibt Momentobretto so haben wir da irgendwas oh jetzt sehe ich jetzt zum Beispiel jetzt nichts gerade aber wir werden den Modus trotzdem einmal machen mit einem Leben und probieren wir mal Advanced da kommt euch alle Spielchen vor so und und schon mal verloren wow das war ein kurzes Vergnügen ich glaube wir werden auch mit drei Leben starten okay gut nein wir werden mit mehr Leben starten wir machen das anders passt auf Alter was wird das Herr Bär mir hier leistet gerade so einmal machen wir den Modus und dann mit fünf Leben und dann wäre wir hart so los geht's jawohl die Modus 40 brauche ich okay heftig ja weil das Blatt haben wir zum Beispiel auch ja das ging daneben das werden wir danach noch hüben die Enten brauche ich auch noch bis rechts unten sieht man bis der Bad leider okay zwei auslassen super drei auslassen vier fünf ja natürlich da kann wer stolz auf mich okay das ist das ist aber machbar das ist machbar das werden wir sicher schaffen dann hoffentlich die Panzer ja wäre hart ist schon mehr als grenzwertig ich sehs grad okay na gut dass ich das schon hab auf wäre hart glaub ich da braucht man mehr glück okay okay oh Gott das läuft ja alles gar nicht gut mit wäre hart verlässt mich der Mut na das nächste Mal noch nicht na die elf wieder so aha 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 oh Was? Was? Hallo? Dabei will ich so schnell reagieren. Die werden dann wieder unschnell. Eines Dätsch. Okay. Ich habe mir vergessen den Modus. Gut, ich könnte jetzt auf normal auch, aber das wäre zu langweilig. Gut, dann gehen wir mal Stage Select und versuchen ein paar Achievements. Sehr gut. Wie zum Beispiel Ich glaube, das Auto brauche ich auch noch. So. Drei Sekunden verbleiben. Wie soll ich denn das schaffen, bitte? Wie soll ich denn drei Sekunden verbleibend schaffen? Noch schneller kann ich nicht. So. Drei Sekunden verbleiben. Das ist ja abartig. Eigentlich habe ich es. Okay, das ist so was machbares wie Furchtbar. Alle Bälle. Nein! Deine Ball! Deine Ball! Deine Ball! Ich werde bekloppt. Weil es geht ja glaube ich gar nicht so. Oder? Oh, Alter. Das sind so Probiertechniken. Oh, Alter. Da wirst du ein Schwammerl. So, probieren wir es noch einmal. Ja, ja! Oh, ich... Was? Das hat nicht... Moment, das hat nicht gezählt. Moment, was wird da verlangt? Bitte. Wo ist das? Wo ist das? Ich werde bekloppt. Ja, auf das habe ich überhaupt keinen Bock. Wo sind die Bälle jetzt abgebildet? Komm, zeig mir die Bälle. Zeig mir die Bälle. Zeig mir die Bälle. Mit fünf Sekunden übrig. Okay. Vergiss mich. Vergiss mich bitte. Nein. Präzisions-Training haben wir da noch. Okay. Also, ich... Nein, 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 nein. Nein. Also, entschuldige. So, ich glaube, das haben wir noch offen. Also, fünf Sekunden übrig. Ihr lecker mir. Okay. Das war's doch nicht. Gut. Dann war's was anderes. Gut. Das da, glaube ich, haben wir noch übrig. Nicht so gut. Oh, ja, doch. Doch nicht. Na, das haben wir schon erfüllt. Das brauchen wir auf alle Fälle. Das weiß ich. Mit hundertprozentiger Treffsicherheit. Okay. Da ist sie schon vorbei. Müssen alle treffen. Nur, also, die verlangen schon einiges ab, ne? Die Frage, ob ich alle brauche oder nicht. Ich dachte, das ist... Es ist die Hölle. Auf was hab ich mich da eingelassen? Ähm... Wo hab ich da... Alle muss ich treffen. Alle. In 15 Sekunden. Äh, 12 Sekunden. Ja, ja. Du mich auch. Also, Entschuldige. Alle. Sind schon Spielereien, hast du da, hast. Das checkst du nicht? Und ich trifte? Oder ist das trotzdem... Ich brauche ein Glück, dass die nebeneinander aufleuchten. Sonst wird das nix. Ein Hoch auf die Achievements. So. Wie schnell soll ich denn reagieren? Schauen wir das nochmal an. Also, viele Fehlerquellen kann ich mir da nicht erlauben. Oh, der wird bekloppt. Herrlich. Herrlich ist das Ganze. So. Ich nehm's mit Humor. Warum nicht? Ja, geh komm. Da ist jetzt dauerhaft immer... Auf der falschen Seite gewesen, ja. So, einmal probieren wir's noch, das Ding und dann... Ungefähr. oder fast 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 um zwei um zwei aber so schnell kann ich mit der maus nicht dreh gehen das ist das problem so wir werden nur ein paar mal alles nein das war so ein geiler start und ich verhunzt indem ich falsch schieße das war jetzt mein fehler das war das das wäre es gewesen wahrscheinlich drei dosen gleich hintereinander Leute, ich hoffe, ihr habt heute nichts mehr vor. Denn der Choco macht sich zum Tor. Okay. Pfeif drauf. Ist mir zu schwer. So. Kann man schaffen, wenn man Zeit genug investiert. Dann geht das sicher. Das, glaube ich, muss ich noch machen. Mit links, rechts, oder? Kann das sein? Nein. Schauen wir mal, Targets mäßig. Shoot Cooping, okay. Sliding Targets, das brauche ich noch. Okay, das Sliding Targets, das können wir noch probieren. Ansonsten gehen wir mal zu den... Sind das die Sliding Targets? Nein, das sind auch nicht die. Muss manchmal suchen, leider, sorry. Aber so viel aus, weil bleibt jetzt eh nicht mehr. Dann haben wir nur... Das ist das hier, oder was? Das ist das hier, oder was? Das ist das hier, oder was? Ich erkenne leider vom Bild nicht, was es sein soll. Das hier? Das Sliding Targets, mit den... Oh, oh... Oh... Wat? Passert das hier, oder was? ... 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 Ja, aber der Anfang war nicht schlecht. Aber warum wird mir das unten nicht eingeblendet? Ich will das doch beim Training machen, wenn es geht. Ich habe kein Glück dabei. Ich habe kein Glück heute. Sind die Chiefments ausgeschalten oder was? Ich verstehe es nicht. Irgendwas hapert er. Wir werden es aber gleich feststellen, indem wir die Flasche machen, weil die haben wir auch noch nicht. Irgendwas passt mit den Achievements, ne? Naja. Ah, jetzt passt es. Okay, na doch. Okay, na die Achievements passend. Doch, entschuldige. Mein Fehler. So. Dann brauchen wir gleich das hier auch noch. Okay. Das schaffen wir aber hier. Komm. Wir haben zwar einen Schuss, aber das muss gehen. Das muss gehen. Das sind leichte Punkte. Zittert doch nicht so, du kleines Drecksumflug. Haha. Da war die Flasche schon einfacher, ne? Die Flasche. Da war die Flasche einfacher. Ja, irgendwann wird der Treffer gelingen, dann haben wir es auch. Vielleicht muss ich mitzittern, so. Haha. Vielleicht muss ich so mitzittern. Probieren wir es einmal. Hahaha. Ah, herrlich. Da hat man schon ein Fadenkreuz und dann hilft es auch nicht. Böse. Böses Fadenkreuz. Fieses Fadenkreuz. Okay, cool. Alter, der zieht, der zieht. Was? Hahaha. Ah, herrlich. Ich habe ein paar Achievement-Hammer. Also da bin ich schon stolz drauf. Wie gesagt, oft gehen werde ich mich noch dran setzen und das eine oder andere rausholen. Aber für euch war es das mit Point Black gerade. So, tschüss. Vielen Dank. War noch eine Frage der Zeit. Alles ist, war noch eine Frage der Zeit. Ich glaube, das Blatt brauche ich noch, auch wer die hat. Sehr itzi pizzi tini vini, holololo, Strandbegini. Und jetzt haben wir das Blattchen. Oh ja. Gut, das war auch ein Wartner. Danke. Da haben wir die Achievements raus, ne? So. Ja, dann fehlt... Warte mal, da schaue ich kurz einmal. Aktualisieren einmal. Aber ich glaube, aber das fehlt auch noch. Oder habe ich das schon mit dem? Nein, das sehe ich. Very Hard Clear Shoot Grouping Target. Rezessionstraining. Also warum? Das müsste doch funken. Hä? Warte, das probieren wir jetzt einmal kurz. Wollen wir mal. Nein, die brauche ich dann doch nicht. So, Präzessionstraining, ja. Das brauche ich auch nicht. Das habe ich auch noch nicht. Okay, das war klar, aber ich... Was, ne? Ja, geht doch. Passt. So, jetzt probiere ich die Dosen noch einmal, wenn ich schon dabei bin. Haha. Hahaha. Okay. So. Quit. Quidditch. So, was haben wir denn noch für welche? Die Geier. Oh Gott, das will. Clearshoot mit 100%iger Genauigkeit. Okay. Da steht aber... Da steht aber nicht, dass ich alles brauche. Rabbit Fire Piranhas. Okay. Ich probiere mal Rabbit Fire Piranhas. So. Wie viel brauche ich denn da? Wird mir gleich schlecht. 32. Ja, bitte. Na bitte. Na bitte, ha genau. Nice. So, love it that. Da können wir gleich den Drache auch probieren. Wie viele Kugeln frisst der dann? 28. Ja, Gott, das war nix. Das war gerade mal die Hälfte. Was sieht leider nicht so ordentlich, wie der lang fliegt. Oh, 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 knapp. Nice. Oh, yeah. Gut. Next Achievement. Oh Gott, das ist schön, schön, schöner. So, 40 Flaschen hier auf Hard. Ja, brauche ich da 40 brauche ich? Ernsthaft? Moment. Muss meine Achievements kurz laden? Ist ja auch abartig, oder? Wo ist denn das? Where are the bottles? The bottles here. Muss, äh. Ich sehe gerade die Flaschen nicht. Ah, da. 40 oder mehr. Ja, okay. Okay, Alter, das sind... Alle Bienen töten auch noch, okay. Also ich sage euch, das sind manchmal Sachen dabei, da greifst du auf die Stirn. Probier mal. 15 UFOs. So, jetzt muss ich aber noch lesen. Was brauche ich da genau? Was? Alle Treffen? Da muss ja welche mit... Oh Gott. Na, halleluja. Das macht mir ja Freude. So, die brauche ich auch, glaube ich, noch. Und? 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 Ah, zu langsam, zu langsam bist du deppert leider. Der Rere geht mit der Maus eh schon so schnell. Ah, verdammt. Ah, verdammt. 35, okay. Naja, wir könnten sich hinleppern. Jetzt ist dann die Frage, darf ich überhaupt einen Fehler machen oder wo hab ich's denn? Puh, nein. Mit hundertprozentiger Genauigkeit das auch noch. Puh. Was brauche ich bei den Zahlen? Mit drei Sekunden left. Das heißt, ich muss die Runde in... Alter, sieben Sekunden schau. Und auch nur 16 Schuss oder was? Okay, lecker mir. Das ist ein Wahnsinn. Süß. Wenn die nicht gerade alle angeordnet sind. Ja, okay. Es gibt unmögliche Aufgaben, ja. Manchmal, also bitte. So. Dann, ja. Den Vogel. Brauche ich die Blades noch? Brauche ich diese Tellerchen? Glaube ich nicht, ne? Ach, ah. Den Hallway brauche ich noch. Den Hallway brauche ich noch. Den Hallway brauche ich auch noch. Ach, okay. Ja, die Fähigkeiten brauche ich auch noch, aber... Puh. Na. Ist auch ein Ding der Möglichkeit ohne Pistole. Puh. Okay. Dann weg damit. Gehen wir mal die Kategorien durch. Das brauche ich noch zum Beispiel. Ich schaffte das hier auch nicht. Okay. Schade. Ja, ohne Bomben auch da wischen. Ist auch so eine Glückssache gerade. Kannst vergessen, so. Ich brauche nicht die Fallschirme auch noch, obwohl ich die in Questmodus geschafft habe. Aber ich glaube, da zählten sie nicht, oder? Ja, auf Gottes Willen. Ja, in Questmodus habe ich es noch 10.000 Mal geschafft und jetzt darf ich es noch einmal machen? Was ist denn das für eine Falsche? Also ich hätte schon wollen, dass das von Quest-Modus auch zählt, hallo? Ich meine, da habe ich mich da abgeplagt. Oh, okay, komm, 30, ernsthaft? So knapp war ich auch schon beim Quest-Modus dran und einmal hatte ich dann irgendwann einmal. Und ich habe mir gedacht, ich muss den Scheiß nie wieder machen. Noch weniger, gut. Ich hasse es. So, noch einmal. Ich muss dann mehr Treffen am Anfang und mehr auf einen Haufen haben, das wäre superfeil. Das sind nur weniger wahrscheinlich. 26. Jawohl. Ich habe nicht mitgezählt, aber gut geraten. Aber es wäre machbar, es ist machbar. Es ist ja wieder so, wie fliegen die runter und bla bla bla. Es kommen mehrere Faktoren halt dazu. Wenn es aber schon so beginnt, kann ich gleich neustarten. So. So. Go, go, power, perfect lighting. Du, 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 du. Jawollah. So, einmal probiere ich das Power-Line noch, dann lassen wir das auch sein. Jetzt gibt es nicht so viel Zeit verstrichen. Oh Gott, das war ein guter Run, aber leider habe ich dann einige Zeit lang nichts getroffen. So, einmal noch doch. Es war gerade, ich hatte es irgendein Gefühl. Nein, okay. Dann lassen wir es offiziell. Vielen Dank. Wir schauen. So, was haben wir denn noch? Das interessiert mich. Die Farbe Road. Das fehlt uns noch. Glaube ich. Ja, da haben wir es verkehrt. Aber fast. Natürlich dürfen wir wahrscheinlich keine Blauen erwischen, ist klar. Aber das schaut machbar aus. Ich habe dich immer noch fünf. Das gibt es nicht. Ich liebe dich, Game. Ich habe dir gesagt, dass ich das immer wieder blöde. Nein, blöde. Mann, das war zu wenig wieder. Schade. Das könnte man locker schaffen. Braucht man wieder nur Glück. Hab ich es jetzt? Jawohl. Geht doch. Jetzt waren die Blauen nicht so dicht beieinander bei den Roten. Hat man gesehen. Hat man gesehen. Ihr seid dann wieder eine Sache von. Ihr wisst das. Was ist das nochmal gewesen? Hab ich das schon? Ja. 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 Aber irgendwie zählt es nicht. I must take a look. I must take a look. Where it is? Where is it? Okay. Flipping targets. No. Oh Gott. Das, was wir mal in den Questmodus gemacht haben, muss ich hier wirklich noch einmal machen. Alter, feite. Ich sehe es gerade. So, warum habe ich das nicht bekommen? Aber ihr wer... Was ist das denn? Na. Hä? Ich finde das gar nicht. Ich finde das gar nicht mit dem... Schießen gerade... Ah, da ist es. Warte. Der kriegt kaum drei Sekunden wieder übrig. Ja, der müsste mir häkeln. Der müsste mir häkeln. Der müsste mir häkeln. Wie? Bitte. Wie soll ich das schaffen alleine? Ich weiß nicht, ob der Partner da mitschießen kann. Keine Ahnung. Das Bouncing brauche ich auch noch hier. 16 Tage. Voila. Wow, super. Wollten wir wissen, ob ich es geschafft hätte. Nein, hätte ich ja nicht geschafft. Bobounce, Bobounce, Bobounce. Aber es ist auch machbar. Mit der Zeit. Das ist mir zu gefährlich. Nein, wir kommen jetzt zu seiner Wehr. Nein, ich hab's. Ich hab's, ich hab's, ich hab's. Ich hab's. Nur Rutsch ist. Wow, super. Super gemacht. Super gemacht. Aber da waren doch viel zu wenige rote Händen. Wo, wo sind die gewesen, Alter? Frechheit. So, los geht's nochmal. Jawoll. Na, ich glaub, gegen Ende. Gegen Ende herum. Furchtbar. Furchtbar. Gut. Na, dann probieren wir noch ein bisschen was anderes. Und zwar die Criminals. Die Hallway zum Beispiel. Müssen wir auch noch machen. Und da haben wir genug Übung gemacht. Weil das war die die Ding, wo ich äh, Geld gefarmt hab. Also also das sollte ich schaffen. Ohne einen Zivilisten zu anhitten. Beziehungsweise da am Ende ist es halt gefährlich ein bisschen. so. So. Sollten wir haben. Nice. What a shocker. Good boy. Good boy. Dann fehlen die zwei bei Brauche ich da einen oder brauche ich da auch einen nur. Gut. Danke. Dead Eye. Und dann die, wo mehrere sind. 26. 26. Jawohl, auch genau geschafft. Nice. Das läuft, Leute. Das läuft. Ja, ich glaube, eins von den Verbrechern fehlt mir noch. Aber das ist mir jetzt schlurz. D3, das. Da fehlt mir ja alles noch. Ich glaube, da brauche ich sogar alle Hits. Nee und immer. Nee und immer. Kannst mir nicht erzählen. Was ist das jetzt? 15 Targets. Alter. Nee und immer. Nein. Nein. Elf Targets. Okay. Das heißt, ich brauche fast 3 Würfeln. Aber habe ich da noch eine 100%ige? Sag jetzt nicht, ich habe noch 100%ig dazu. Also Treffgenauigkeit. Das wäre bitter. Nein. Nein. Das ist das ohne. Wo ist der zweite? Slowly but surely. Okay. Getaway car. Car with 8 seconds left. Ah, maximal mit 100%ige Neuigkeit. Alter, was wollte ich von mir? Gut, das könnte man schaffen, theoretisch. Was? 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 Dann brauche ich gar nichts. Dann brauche ich doch den hier. Also irgendwie hapert es damit die... Ich glaube mit den Achievements ein bisschen kann das sein. Was brauche ich hier? Alle Ballons. Elikopter mit 8 Sekunden left. Die Oktopusse, die Bienen können wir noch probieren. Okay, da haben wir was. Das war es wahrscheinlich nicht, ne? Nein, vielleicht brauche ich ja wahrscheinlich 8 Sekunden, ne? Ja. Tricks-Helikopter. Ich probiere mal gleich nochmal. So. Los geht's. Ja, wieder nett. Keine 8 Sekunden left. Dann sind 60 Bullets drauf. Einmal noch. Kann ich mal nicht der Größeres... Na, ich bin mir nicht der Größeres... Egal. Ja. Gut. Der Film macht man immer. Ich höre gleich auf. Dann war es das mit Point Blank. Ich hätte gerne noch die... Wo habe ich's denn? Das vielleicht... Ah ja. Die Bienen nochmal. Genau, die wollte ich. Man muss alle... Oh, schade. 20 habe ich, aber ich habe nicht die 24. Schade. Ich glaube, die verschwinden auch mit der Zeit, wenn ich mich nicht täusche. Aber wir werden einmal die Hälfte der Bienenkörbe... Habe ich alle? Nein. Ich glaube, eine ist geflüchtet. Schade. Schade. Da ging es um eine. Um eine. Ist schon weg. So. Gut. Hat sie erledigt. Dann probieren wir noch... Die Oktopusse bräuchte ich noch. Was war das mit die... Mit die... 13 Targets. Okay. Okay. Herrlich. Ähm, was brauche ich da? Ja, ohne die Bomben abzuschießen. Warten wir halt auch Glück, dann wo die... Die Töpfe gerade erscheinen, ne? Also ohne Bomben. Das heißt, das andere kann ich ruhig alles abschießen, ne? Also, wie gesagt, ich muss ja mit der Maus erst hinfahren. Das ist, ich weiß, es klingt immer nach einer Ausrede, aber es ist wirklich komplett anders, als wenn du mit der Pistole hinziehst, weil du dir den Weg dann sparst. Ja, aber wie gesagt, es kommt auch darauf an, wo die Pötte stehen, also kann man dann easy peasy machen mit der Zeit. Nur Geduld haben und Glück haben, wo die Ptöpfe erscheinen. Wow, wow, eigentlich gleich neu starten. Haha, wieder 10? Ja, hätte ich die 3 am Anfang, dann hätte ich es geschafft. Da hätte ich es geschafft. Ich glaube, da gibt es aber auch keine richtige Reihenfolge, oder? Nein, glaube ich nicht. So. Ah, der Glückstreffer am Ende. Ja, jetzt sind wir 10, kommen wir nicht hinaus. Schade, probieren wir es einmal noch und dann. Mike, ich komme 12, oder? Ja, ich habe die 13. Ja. Oh, Schakalaka. Schass, Schamorei. So. Was haben wir denn hier? Die 11, genau. Das ist ein bisschen aus der Norm, oder? Ja, der Bär, der ist fies. Der ist fies, der Bär. Schade. Wurscht. Schade. Acht. Aber auch nett. Aber das will ich jetzt nicht vertiefen. Danke. Ich möchte eher das andere. Das war das, glaube ich. Da fehlt auch noch. Okay, das ist aber einfach gewesen. Okay, mit 100%ig, genau. Also, Entschuldige, das war einfach. Das war easy fight. So. Ok, die Busse haben wir auch noch zu probieren. Ich glaube, 34, Alter. Vanille nehmen 34, na. Gut, Leute, ich würde es aber, glaube ich, dann wirklich dabei beenden lassen. Der Rest der Achievements ist, ja. Farmer, Mama. Über das Ganze haben wir jetzt, ich sag's mal, 91 von 132 Achievements, 68% gesamt, 432 von 781 Punkten. Ja, das kann sich sehen lassen, finde ich. Das geht ja schnell. Ah, was, da haben wir noch was. Das könnte ich noch, Christ, der Weihnachtsbaum, den haben wir ja auch noch, stimmt. Man, die da und der Trend. Die wertvollen, die, aber meine, da haben wir ja noch was, warte. Ich muss mal schauen, wie die sind's. Ist das nicht auch unter Schnellfeuer? Nein. Da ist es. Ja. Das haben wir noch. Jawohl. Easy. Haben wir das erledigt. Das kann man auch noch schaffen. Das. Die fehlt auch noch. 20 Ninjas. Also nur hört sich machbar an. Na bitte. Da hau ich noch was raus am Ende. So. Und dann haben wir den Christmas Tree. Die Fliege mit einem Schuss. Mit einem Schuss. Okay, das ist schwer. Das ist schwer, aber das ist Übungssache und Glücksache. Mit einem Schuss, mit 100%iger Treffer. Ja, er zählt es. Er zählt es aber leider nicht mit 100%. Schade. Also die warten, wenn sie von links kommt. Das ist mehr nach machbar vielleicht. Schade. Okay, ja, aber das tut nichts zur Sache. Das tut nichts zur Sache. Der Weihnachtsbaum, den machen wir noch und dann sind wir wirklich fertig. Ja, okay. Den Weihnachtsbaum vergessen wir mal. So. Gut, aber Leute. Ich würde sagen, wir haben ordentlich was geschafft in diesem Projekt. Freut mich. Privat werde ich das sicher noch ein bisschen weiterzupfen, wenn ich Lust und Laune habe. Da fehlt ja noch was. Also jetzt neu ist der Stand. 70% ist wenigstens eine schöne Zahl. 93 von 132 Achievements. 438 von 27 Punkten. Puh. Ja. Und das war's für euch mit Point Black. Nächste Woche, ja, neues Projekt. Ich muss mir noch überlegen, was ich zeigen werde. Schauen wir mal. Oder ich mache einen Part von irgendwas so. Vielleicht wieder Super Mario. Dance Dance Revolution oder so. Ja. Schaltet wieder ein. Wenn nicht, wenn nicht. Und bis zum nächsten Mal. Euer Churururur19. Ciao, ciao.